Mein Name ist Bruno Wallen, einer von zwei Endo-Spezialisten von EndoShine in Deutschland. Hallo, mein Name ist Alexander Schifeper, ich komme aus Hamburg und bin für Norddeutschland zuständig. Ich habe den Bereich Endodontics und bin Ihr Vertriebsspezialist für Edge Endo. Edge Endo ist eine amerikanische Hersteller von endodontischen kleinen Systemen. Das Schöne, wir können in jeder Praxis jeden Anwender mit diesem System abnehmen. Zu etwas günstigeren Preisen. In der Grund, es wurde verzichtet auf Herstellungsverfahren, die ein falsches System nicht besser machen, sondern nur eine optische Funktion. Wir haben genau geschaut, was sind die Bedürfnisse bei den Zahnärzten. Wir haben unser System erweitert, wir haben ein neues Rezipro-System bereitgestellt. Oder. Bei.